Hallo meine Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Lias Crime Time. Schön, dass ihr auch dieses Mal wieder mit dabei seid. Ich habe jetzt einige Folgen vorproduziert, deswegen hört ihr das jetzt erst im Dezember. Ich habe nämlich jetzt ja endlich die 8000 Abonnenten geknackt. Das war diesmal wirklich ein sehr, sehr langer Weg bis dorthin, kam mir zumindest so vor. Und ich bin mal gespannt, wann wir die nächstgrößere Abonnentenzahl erreichen bei YouTube. Also die 8000 Abonnenten waren jetzt auf YouTube bezogen. Ich beobachte das sonst immer nur so ein bisschen auf Podimo. Da sind das immer mal so ein paar hundert, die dann mehr werden. Das freut mich auch total. Das sind jetzt auch schon, ich glaube, über 1300 Menschen, die mehr dazuhören als Abonnenten. Finde ich auch ganz klasse. Und auf den anderen Portalen, weil das wird auf so viele Portalen online gestellt, nicht nur bei Spotify. Da habe ich nicht so den Überblick. Deswegen vielen Dank, aber trotzdem schon mal für all diejenigen Abonnenten, die ich bei YouTube und bei Podimo sehe. Und auch für alle anderen, die mich bei Spotify und Co abonniert haben. Ein Riesen Dank. So, und jetzt fangen wir an mit der heutigen Folge. Heute geht es mal wieder um einen Fall aus Österreich. Ab und zu habe ich ja auch mal Fälle aus dem Ausland, beziehungsweise eigentlich nur aus Österreich oder der Schweiz dabei. Und damit fangen wir jetzt an. Und zwar geht es, genauer gesagt, um einen Fall aus Wien. 2016 starb dort der 46-jährige Friseur Arnold Schmidt. Er lebte im 12. Bezirk in Wien, genauer gesagt Wien-Meitling. Da war zumindest der Tatort. Arnold Schmidt war mit Leib und Seele Friseur. Er machte seinen Meister und hatte am Ende sogar zwei Salons. In einem arbeitete aber jetzt nur noch seine mittlerweile Ex-Lebensgefährtin und Mutter seiner damals 10-jährigen Tochter. Seine Eltern hätten sich für Arnold gerne was anderes gewünscht. Die waren beide Studierte, Akademiker und hätten ihn lieber im höheren Polizeidienst gesehen. Das war aber für Arnold überhaupt nichts. Das hat er hingeschmissen und lebte eben dann seinen Traum als Friseur. Und sein Salon, der war auch durchaus bekannt. Hair and Style by Arnold hieß der. Und Arnold Schmidt war ein Typ Teddybär. Er war feinfühlig, friedvoll, nie auf Streit aus und ein Frauenversteher. So beschreiben ihn zumindest Leute, die ihn sehr eng gekannt haben. Er liebte das Skifahren und traf sich sehr gerne mit seinen Freunden. Und in Arnolds Salon arbeiteten auch einige Mitarbeiterinnen. Er soll ein super Chef gewesen sein, kein Schreihals oder jemand, der Leute zum Beispiel unterdrückt. Und auch finanziell ging es ihm ziemlich gut. Er hatte mit seiner Ex-Lebensgefährtin ein Einfamilienhaus gehabt und eine Eigentumswohnung mit Dachterrasse. Schulden soll es keine gegeben haben. Nach der Trennung von seiner Lebensgefährtin nach 20 Jahren Beziehung lief es aber nicht ganz so rund im Leben von Arnold. Mit seiner neuen Freundin, die er auch im Salon kennengelernt hatte, das war eine langjährige Kundin, Alexandra hieß sie, wollte er dann aber in sein Einfamilienhaus ziehen und hat seine Ex-Lebensgefährtin finanziell sehr unterstützt, damit sie eben mit der gemeinsamen Tochter, die damals zehn Jahre alt war, ausziehen konnte oder ausziehen sollte, besser gesagt. Aber es kam wohl immer irgendwas dazwischen, was den Auszug irgendwie verlängert hat. Und das war für die Beziehung zwischen Arnold und Alexandra sehr belastend, denn das lief ja alles nicht so rund mit der Ex-Lebensgefährtin und der Kontakt soll sehr, sehr schwierig gewesen sein. Aber Arnold soll sich gutgestellt haben, auch finanziell ihr Gegenüber und der Tochter. Sie war sein Sonnenschein im Leben, das Sorgerecht teilten sich die beiden auch. Und die Kleine bringt er tatsächlich auch am Tattag, das letzte Mal muss man ja da sagen, dem 16. November 2016 zur Schule. Es war 7.45 Uhr. Kurz nach 8 Uhr kommt Arnold dann im Salon an. Dieser befand sich an der Wiener Bergstraße 12. Und das ist eine recht befahrene Straße. Der Salon hatte so eine große Glasfassade und war, wie gesagt, sehr, sehr bekannt. Und am 16. November war nur eine einzige Mitarbeiterin an diesem Tag im Salon, was sonst eher unüblich gewesen ist. Die anderen hatten aber Termine, das waren teilweise wohl auch Auszubildende und deswegen war eben so wenig los an dem Tag in dem einen Salon. Und so gegen 11.30 Uhr an diesem Tag schnitt er gerade einem Stammkunden die Haare, kassierte ab und kehrte dann eben alles zusammen mit dem Besen. Der Laden war zu dem Zeitpunkt leer, zumindest sah das von außen so aus. Es gab dann nämlich einen Nebenraum, in dem die Angestellte mit einer Kundin gewesen ist. Man konnte das aber von außen nicht sehen. Und plötzlich kommt dann jemand rein, als Arnold gerade beim Auffegen war. Dieser Herr, der Täter, war komplett in schwarz gekleidet, ohne Maskierung. Aus ungefähr zwei Meter Entfernung feuert er sofort zwei Schüsse gegen den Brustkorb von Arnold ab. Dann wurde in Aktenzeichen XY dargestellt, dass der maskierte Mann mit Arnold gesprochen hat. Was der da genau gesagt hat, weiß ich jetzt nicht mehr so genau, aber irgendwie so eine Art Drohung hat er ihm da gegenüber gesagt. Aber das, was in XY dargestellt wurde, entsprach nicht der Wahrheit, was da gesagt wurde, sondern der Täter sprach mit einem Dialekt und sehr unverständlich, auch für die Mitarbeiterin im Nebenraum und die Kundin. Man konnte das nicht genau sagen später, was der Täter gesagt hat. Also die gesagten Wörter bei XY waren nur der Darstellung halber, aber die waren nicht von Bedeutung. Das hatte mit der Realität in diesem Fall nichts zu tun. Nachdem er Arnold angesprochen hatte, sah er die beiden Damen auch im Nebenraum. Diese bleibten aber glücklicherweise am Leben. Er schaute sie nur kurz an und verließ dann den Salon. Und die beiden Damen, die versorgten Arnold dann notdürftig und riefen den Rettungsdienst. Die Patronenhülsen, die lagen auch noch im Salon. Und Arnold war übrigens nicht sofort tot. Er war kurzzeitig sogar noch ansprechbar. Im Krankenhaus hat man dann festgestellt, dass seine inneren Organe schwer verletzt waren. Er wurde auch sofort operiert, aber es gelang den Ärzten leider nicht, sein Leben zu retten. Sieben Stunden nach dem Angriff von dem Täter verstirbt Arnold Schmidt im Krankenhaus. Und währenddessen Arnold damals erst noch mit seinem Leben kämpfte, befragte die Polizei natürlich währenddessen die Angestellte und die Kundin. Und die Aussagen zum Täter waren aber sehr unterschiedlich, sodass es später auch keinen Sinn gemacht hat, ein Phantombild zu erstellen. Allerdings eine kleine Beschreibung trafen wohl beide übereinstimmend, dass der Täter 40 bis 50 gewesen sein soll, etwa 1,70, kräftig, dunkler Tar und dicke Augenbrauen, so hatten die beiden ihn beschrieben. Und auch konnten die beiden sehen, dass der Täter den Salon nach rechts heraus verlassen hatte. Vermutlich ging er durch eine Siedlung. Und auf einer Kamera in der Nähe, da war eine Tankstelle, wird so ein kleiner schwarzer Punkt aufgezeichnet. Das muss der Täter gewesen sein. Allerdings reichte das nicht aus, um es der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen, diese Aufnahme. Das wäre wahrscheinlich nur total verpixelt gewesen. Was man aber sehen konnte, war, dass der Täter wirklich seelenruhig die Straße entlang ging. Der ist nicht gejoggt oder davon gerast oder was auch immer. Der hat einfach seelenruhig diese Tat zu Ende gebracht. Das kann man sich kaum vorstellen eigentlich. Ob er nach den Kameraaufzeichnungen in ein Auto gestiegen ist oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln gefahren ist, das ist unbekannt. Die Kameras an S- und U-Bahn wurden überprüft und darauf war er nicht zu sehen. Natürlich wurde nach der Tat nicht nur nach dem Täter gesucht, mit Suchhunden zum Beispiel, sondern auch das persönliche Umfeld von Arnold wurde überprüft. Seine neue Lebensgefährtin war völlig am Ende, als sie von seinem Tod erfahren hat. Und bei diesen Befragungen fand die Polizei heraus, dass Arnold Schmidt sich beobachtet gefühlt haben soll. Eine Bekannte erzählte, dass Arnold ihrer Mutter erzählt habe. Er fühlte sich verfolgt und beobachtet. In Aktenzeichen XY soll er das auch einem Freund mitgeteilt haben. Vielleicht haben die es aber auch nur anders dargestellt, das weiß ich nicht. Und diese Bekannte von Arnold war auch eine Nachbarin von ihm und sie bemerkte, dass circa zwei Wochen vor dem Mord jemand von außen länger seine Dachterrassenwohnung angeschaut haben soll. Sie beobachtet das auch noch kurz, als sie im Auto saß und sie wollte eigentlich schon losfahren, einkaufen. Und dann öffnet sich auf einmal ihre Fahrertür. Und das war derselbe Mann, der auch die Dachwohnung von Arnold Schmidt beobachtet hatte. Und der war irgendwie so durch den Wind, dass er scheinbar eine falsche Autotür geöffnet hat. Nachdem er das gemerkt hat, stieg er in seinen Wagen ein. Aber sein Wagen hatte nicht mal dieselbe Farbe. Der sah komplett anders aus. Und warum er also dann diese Autotür von der Dame geöffnet hat, das ist auch irgendwie so ein kleines Rätsel. Und leider weiß die Nachbarin aber heute nicht mehr, welches Modell der mögliche Täter damals gefahren ist. Gut möglich, dass es ja vielleicht wirklich derselbe Mann war, der eben Arnold Schmidt getötet hat. Auch soll er, wie auch die Damen im Salon gesagt haben, einen ausländischen Akzent gehabt haben. Und sollte der Täter auch den Salon von Arnold längere Zeit beobachtet haben, war das gar nicht so einfach. Ich hatte es ja eben schon mal erwähnt, dass das an einer recht befahrenen Straße ist, wo der Salon ist. Und es gibt dort unmittelbar auch keine Sitzbänke oder sowas. Der Täter muss, wenn also, sehr auffällig geschaut haben und eigentlich jemand aufgefallen sein. Er musste sicherlich vorher den Salon beobachtet haben, ging hinein, als die wenigsten Mitarbeiter dort waren. Zumindest vorne keine Kunden. Und dann hat er eben den Plan gehegt, ihn dann zu erschießen. Und ja, er muss also, wenn er, wie gesagt, vorher den Salon beobachtet haben sollte, das schon recht auffällig getan haben. Es sei denn, er hat es nur an dem Tattag getan, was ich mir aber nicht vorstellen kann. Er nutzte bei der Tat eine Chevrena Zastava 9mm Luga als Tatwaffe. Diese stammt aus Serbien. Und diese Waffe wurde europaweit kein einziges Mal bei einem Verbrechen benutzt. Sollte das nochmal der Fall sein, dass diese Waffe benutzt werden würde, könnte man eventuell eben Rückschlüsse auf denselben Täter ziehen. Und die Ermittler vermuten auch, dass der Täter Serbe sein könnte und nur für die Tat nach Deutschland gekommen ist. Daher hatte er wahrscheinlich auch keine Angst, erkannt zu werden, da er sich bei der Tat ja nicht vermummt hatte. Man geht in dem Fall halt wirklich von einem Auftragsmord aus, wo der Täter vielleicht nur nach Deutschland eingereist ist, um Arnold Schmidt zu erschießen und dann eben wieder in sein Heimatland zurückzugehen. Und da die Ermittler ja nun Serbien als Land im Fokus hatten, haben die sogar auch in großen serbischen Zeitungen Inserate geschaltet bezüglich des Mordes an Arnold Schmidt. Und gaben auch die hohe Belohnung an. Natürlich aber baten sie auch um Hinweise. Und die Belohnung, die ist beachtlich. 40.000 Euro, die zum Teil von der Friseurinnung gespendet worden waren. Auch könnte man natürlich an einen Raubmord denken. Das wäre ja auch möglich, falls die Frage jetzt bei euch aufkommen sollte. Aber das schließt die Polizei komplett aus. Es wurde kein Geld gestohlen. Und der Täter kam auch ja nicht mal in den Bereich und sagte, er möchte Geld haben oder so. Er kam rein und hat Arnold einfach nur erschossen und ist dann wieder gegangen. Hört sich jetzt vielleicht so ein bisschen flapsig an, aber so war es nun mal leider. Und für seine Freunde, für Arnolds Freunde, ist ein Auftragsmord fast undenkbar. Arnold war so ein geselliger Typ. Er hatte keine Vorstrafen. Ein Typ, der wohl auch immer gespürt hatte, wenn es anderen Leuten nicht gut ging. Und genau dieser Mann wurde jetzt einfach am helllichten Tag erschossen. In den österreichischen Medien spekulierte man übrigens, was die Ex-Lebensgefährtin eventuell mit der Tat zu tun gehabt haben könnte. Denn die Mutter von Arnold Schmidts Tochter war auch Serbin. Genau wie eben die Tatwaffe und der eventuelle Täter. Das kann jetzt aber auch einfach nur Zufall gewesen sein. Denn die Trennung, die war ja sehr schwierig scheinbar. Und im Kurier erzählte die neue Lebensgefährtin von Arnold, also die Alexandra, dass er der Mutter seiner Tochter mitteilte, dass er sich neu verliebt hatte. Auch erst die Beziehung mit Alexandra geheim hielt. Und dass Arnold die Beziehung und 20 Jahre ist ja eine sehr lange Zeit dann so beendet hat, war sicherlich auch aufgrund der kleinen Tochter eine große Überraschung für seine Ex-Partnerin. Und auch mit Sicherheit spielte dort schon Enttäuschung eine größere Rolle. Vielleicht auch Hass, weil immerhin wurde sie die ganze Zeit ja belogen. Er hatte mit ihr die Beziehung noch nicht beendet und hatte sich dann in Alexandra aber schon verliebt. Und er hat das eigentlich vorher beenden sollen, meiner Meinung nach. Und da wird bestimmt viel, viel Hass auch eine Rolle gespielt haben, könnte ich mir vorstellen. Anfangs zumindest denke ich jetzt einfach mal. und auch sehr viel Enttäuschung. Und die Ex-Freundin bzw. Ex-Partnerin soll am Telefon wohl auch mal geäußert haben, Arnold würde noch sehen, was er davon habe. Dabei ging es aber wohl überwiegend darum, dass die Tochter und die Lebensgefährtin ja das Haus verlassen sollten, die Ex-Lebensgefährtin. Auch dachte seine ehemalige Lebensgefährtin wohl auch erst, dass Arnold mit einer Mitarbeiterin aus dem Salon angependelt haben könnte. Zumindest war da wohl auch mal irgendwas, was genau ist aber jetzt nicht ganz klar. Aber diese Mitarbeiterin von Arnold war vergeben und der Partner soll zudem sehr eifersüchtig gewesen sein, generell wohl. Und den prüfte man natürlich auch akribisch, weil auch er hätte ja die Tat ausführen können. Der hatte aber ein sehr, sehr gutes Alibi und ich denke, die Mitarbeiterin im Salon, die eine, die da gewesen ist, die hätte ihn ja dann bei der Tatausführung auch erkannt, weil es ja eben von einer anderen Mitarbeiterin dann der Mann oder der Freund gewesen ist. Und ich denke, das hätte man dann wahrscheinlich irgendwie aufklären können. Ob er jetzt natürlich einen Auftragsmord in Auftrag gegeben hat, weiß man natürlich nicht. Aber ich denke, diese Mitarbeiterin im Salon spielt eine untergeordnete Rolle, weil Arnold jetzt ja auch eine neue Freundin hatte. Aber auch für die Polizei spielt das Motiv Eifersucht trotzdem eine große Rolle. In XY wurde so der Fokus auch auf die Beziehung zu seiner Ex-Lebensgefährtin gelegt. Und ich vermute mal, dass man immer noch davon ausgeht, dass sie eventuell dafür gesorgt haben könnte, dass Arnold stirbt. Das sage ich jetzt nur so, wie ich es denke, weil man eben wirklich da den Fokus in dem Filmbeitrag auf die Tochter und die Ex-Lebensgefährtin gelegt hatte. Und ich denke, die befürchten, dass sie vielleicht für die Tat verantwortlich sein könnte durch einen Auftragsmord eben. Wobei das natürlich in Anbetracht der gemeinsamen Tochter wirklich skrupellos wäre. Aber auch Alexandra wurde übrigens auch verdächtigt, die neue Freundin von Arnold. Da wurde zum Beispiel geprüft, ob es eifersüchtige Ex-Partner in der Vergangenheit gegeben hatte. Und verdächtigt wurde Alexandra wohl nur, da es unterschiedliche Angaben über die neue Beziehung gegeben hatte. Die beiden wollten nämlich im Frühjahr 2017 heiraten. Jedoch wollte Arnold vorher nie heiraten. Und zumindest, was man so von Bekannten hörte, soll er sich am Ende wohl auch unsicher gewesen sein. Eben weil er auch so viel Wert auf den Umgang mit seiner Tochter gelegt hatte und es ja so starke Spannungen wegen Alexandra gab. Ob er die Beziehung vielleicht sogar beenden wollte, ich weiß es nicht. Aber ob eine Trennung ein Motiv ist, von Alexandra einen Auftragskiller zu engagieren, um Arnold zu töten, das glaube ich nicht. Zumal die beiden sich ja auch noch gar nicht getrennt hatten. Und die neue Partnerin gab übrigens dem Kurier auch bereitwillig ein Interview im Vergleich zu seiner Ex-Frau. Die hat das nicht gewollt. Man muss dazu aber auch sagen, die wurde ziemlich durch den Kakao gezogen in der österreichischen Presse. Ob ich das dann noch gemacht hätte, wüsste ich ehrlich gesagt auch nicht. Und wie sehr Arnold unter der Situation litt, ließ er wohl auch nicht gerade so sehr raushängen. Sein guter Freund bereut es sehr vor dem Mord, nicht mal intensiver mit ihm über sein Inneres gesprochen zu haben. Und auch Arnolds viel älterer Bruder fragt sich, wem es so viel wert gewesen ist, ihn zu töten. Er wollte seine Tochter aufwachsen sehen, seinen Sonnenschein im Leben. Aber das bleibt Arnold jetzt halt für immer verwehrt und der Tochter auch. Und auch Arnolds Mutter, die laut einem Kurierartikel aus dem letzten Jahr mittlerweile 96 sein müsste, würde sich vor ihrem Tod noch sehr wünschen zu wissen, wer ihren Sohn getötet hat. Ob sie mittlerweile bei dem hohen Alter verstorben ist, kann ich euch leider nicht sagen, aber das sind die Informationen eben vom letzten Jahr. Und die Freunde von Arnold haben übrigens ein sehr rührendes Ritual. Sie treffen sich alljährlich am Todestag von Arnold, sitzen zusammen, tauschen Erinnerungen aus und trinken seinen Lieblingswein. Und auch für Arnold steht dort immer ein leeres Glas daneben. Und das finde ich irgendwie sehr rührend und auch sehr tröstlich, dass man sich da immer einmal im Jahr noch trifft und an ihn denkt. Das ist schon wirklich sehr, sehr schön. Und ich denke, die Familie wird vielleicht auch Rituale haben, um an ihn zu denken und wie die Tochter damit so zurechtkommt. Darüber ist leider eigentlich gar nichts in der Presse bekannt. Sie war ja, als die Tat verübt wurde, zehn Jahre alt. Das heißt, sie ist heute ungefähr 16 Jahre, wird wahrscheinlich heute schon etwas erwachsener auf die Tat zurückschauen können, wie sie es eben als Kind konnte. Aber ich könnte mir vorstellen, dass sowas halt eben ein Leben lang nachhaken wird bei einem und man da nie mit abschließen wird können, solange der Täter auch nicht gefunden ist und verurteilt wurde oder der Auftraggeber oder die Auftraggeberin. Ja, das ist mit Sicherheit für die Tochter auch nicht einfach, zumal er sich wohl auch sehr, sehr gut um die Tochter gekümmert haben soll und was man so aus Erzählungen hörte, wohl alles für die Tochter getan hat. Und es war bestimmt nicht einfach, so früh auch dann den Vater zu verlieren, da möchte man wirklich nicht mit tauschen. Ja, meine Lieben, und das war jetzt auch die Fallvorstellung für euch zu dem Mord an Arnold Schmidt aus Österreich, aus Wien und ja, ich hoffe, ihr seid auch bei einem neuen Fall wieder mit dabei. Jetzt im Dezember kommen ein paar mehr Folgen raus, wie jetzt das sonst üblich ist bei mir. Ich habe ja gesagt, ich möchte eigentlich am liebsten einen Adventskalender für euch machen, aber das ist einfach nicht möglich. 24 Fälle zu bringen, das ist ein bisschen sehr hoch, das schaffe ich zeitlich nicht, aber ein paar mehr, wie es sonst sind, wollte ich dann schon machen. Und eben vergesst nicht, wenn ihr mögt, bei Instagram reinzuschauen, wo ich da eben mein Gewinnspiel aktuell mache für euch. Drei Gewinnspiele wird es geben. Und ja, jetzt wünsche ich euch auf jeden Fall noch einen guten Morgen, eine gute Nacht oder auch einen schönen Tag, je nachdem, wann ihr die Folge jetzt gehört habt und sage, bis zum nächsten Fall, bis zum nächsten Mal, eure Lia.